Ich werde noch oft gefragt, Mensch Flo, welche Version von FL Studio würdest du denn empfehlen, was bekomme ich denn dann, wie kann ich das Ganze installieren, was passiert, wenn ich die Free Version bereits habe, wie kann ich das Ganze aktivieren und ich werde euch jetzt zu all diesen Fragen rund um FL Studio, zum Thema der Versionen und so weiter und so fort, zu all diesen Fragen werde ich euch jetzt mal eine kleine Antwort geben. Ich würde sagen, wir starten schon mal direkt rein mit den Versionen und zwar haben wir fünf Versionen bzw. fünf verschiedene Pakete, die wir eben erwerben können. Zum einen haben wir die Free Version, die ist für jeden einfach zugänglich, die kann man sich einfach runterladen ohne Registrierung, dann haben wir die zweite Version, das ist die Fruity Version, das ist so ein bisschen die kleinste Version von FL Studio, dann haben wir die Producer Edition und die Signature Edition und dann gibt es noch die fünfte Version, die ich gerade genannt habe, das ist die All Plugin Bundle Edition. Ich werde dir gleich sagen, welche Version für dich richtig ist und welche du dir kaufen solltest, falls du da noch ein bisschen am überlegen bist. Starten wir mal rein mit der Free Edition, zuallererst würde ich dir empfehlen, dir immer die Free Edition runterzuladen, um das Ganze zu testen. Jetzt kriege ich schon ganz oft Fragen, Mensch Florian, was passiert denn jetzt, wenn ich eine Version habe, was passiert da mit den anderen Plugins? Also wenn ihr FL Studio kauft, kriegt ihr eine Box, in meinem Falle, oder ihr könnt das auch als Download kaufen, dann kriegt ihr nur eine Lizenz. Wenn ihr die Box habt und ihr öffnet dies, da so ein kleines Heftchen, bei FL Studio 12 war da noch ein USB-Stick mit dabei, der ist jetzt ab der neuesten Version nicht mehr mit dabei. Das heißt, ihr braucht einen Internetzugang, wo ihr dann den Code eingeben könnt zur Registrierung, sodass FL Studio das Ganze eben freischalten kann. So, wenn ihr den Code habt und ihr gebt den auf der Image-Line-Seite ein, dann habt ihr eure Anmeldedaten, also ihr müsst euch ja ein Konto bei Image-Line erstellen und dann könnt ihr in FL Studio einfach eure Daten eben eingeben, also E-Mail-Adresse und Passwort zu eurem Konto und dann wird, je nachdem, welche Version ihr eben gekauft habt, euch das Ganze freigeschaltet. Mit freigeschaltet meine ich, dass ihr auf die Plugins zugreifen könnt und auch abspeichern könnt euer Projekt, welche diese Plugins eben enthalten. Plugins, welche ihr nicht gekauft habt, laufen weiterhin im Demo-Modus. Das heißt, ihr könnt sie zwar nutzen, aber ihr könnt euer Projekt damit nicht mehr wieder öffnen. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen kritisch. Also, ich würde an eurer Stelle ruhig gucken, nutzt nur die Tools, die ihr wirklich, ja, freigeschaltet und gekauft habt. Bei der Free-Version ist es so, ihr könnt erst mal alle Tools nutzen und alle laufen im Demo-Modus. Ja, das heißt, ihr könnt alles ausprobieren, aber ihr könnt eben leider nicht das Ganze dann, ihr könnt das zwar speichern, aber ihr könnt es nicht mehr in der Free-Version öffnen. Ihr müsst dann die Version kaufen und dann könnt ihr das Projekt auch wieder öffnen. Nein. Die Free-Version ist die kleinste Version und ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Version, wenn man nur mit der Piano-Roll ein bisschen rumspielen möchte, ein paar Sounds testen möchte. Meiner Meinung nach würde ich euch das Ganze nicht empfehlen. Die Free-Version bietet einfach zu wenig Funktionen und die meisten von euch wollen wahrscheinlich Beats produzieren, rappen, singen, was weiß ich. Also, ihr wollt wahrscheinlich ein bisschen mehr machen als das, was die Free-Version euch bietet und die schränkt euch meiner Meinung nach ein bisschen zu stark in eurer Kreativität ein. Die Producer-Version ist so das goldene Mittelmaß. Hier haben wir alle Playlist-Funktionen. Hier haben wir auch sehr, sehr schöne Tools, wie beispielsweise den Maximus, den ich euch nur ans Herz legen kann. Wir haben New Time, das ist ein Timing-Correction-Tool. Wir haben den Convolver, das ist ein Halb-Plugin. Wir können Audio-Clips nutzen, also zum Beispiel Samples. Das können jetzt Drums sein, ein Drum-Loop zum Beispiel oder andere Audio-Elemente, die wir reinziehen wollen. Und wir können, und das ist wahrscheinlich für die meisten das Wichtigste, wir können unsere Stimme oder Instrumente, wie auch immer, aufnehmen. Zum Beispiel mit dem Edison-Recorder oder einfach in FS-Studio in der Playlist. Das heißt, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, das Aufnehmen und das Reinziehen von Audio-Clips. Manche vielleicht von euch haben einen Beat, den sie reinziehen wollen und wollen dazu vielleicht was singen. Da wäre dann zum Beispiel vielleicht sogar die Producer-Edition die richtige Wahl. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, nicht für alle ist die Producer-Edition die richtige Version. Denn für einige von euch wäre vielleicht auch die Signature-Version ganz interessant, wenn bei euch Folgendes zutreffend ist. Erstens, ihr braucht ein Auto-Tune-Plugin, was ihr vielleicht von FS-Studio schon mitnutzen wollt. Da gibt es beispielsweise den Pitcher und New-Tone. New-Tone ist ein bisschen wie Melodyne, da könnt ihr die Tonhöhen und beziehungsweise das Timing der Noten nochmal manuell anpassen. Pro Wort oder wie auch immer. Das könnt ihr mit New-Tone machen. Ist nicht ganz so ausgereift wie Melodyne, aber bietet eben die Grundfunktion, was für den einen oder anderen eventuell ganz praktisch ist. Also wer Auto-Tune braucht, von FS-Studio direkt zur Signature-Bundle-Version. Außerdem habt ihr den Synthesizer Harmless, der vielleicht für die einen oder anderen ganz interessant ist. Ihr habt den Direct Wave Player. Das ist ein Sampler, der ein bisschen ausgereifter ist und da habt ihr die volle Version von, was ich ziemlich, ziemlich gut finde. In der Producer-Edition habt ihr leider nur eine eingeschränkte Version. Wer da ein bisschen mehr detaillierter arbeiten möchte, kann direkt zur Signature-Bundle-Version greifen. Und außerdem habt ihr noch ein Gitarren-Effekt-Plugin namens Hardcore. Also wer vielleicht auch Gitarren aufnimmt und diese dann bearbeiten möchte, für den wäre dann das Signature-Bundle vielleicht auch die richtige Wahl. Dann haben wir noch das All-Plugin-Bundle und das ist so die teuerste Version. Und die würde ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr ausschließlich mit FS-Studio-Plugins arbeiten wollt. Und wenn ihr eben ein bisschen zu viel Geld übrig habt. Also meiner Meinung nach könnt ihr auch einen Großteil der Plugins eventuell mit anderen oder durch andere Free-Plugins ersetzen. Wer das Ganze aber braucht und sagt, Mensch, ich möchte nur FS-Studio-Plugins nutzen und möchte mich da auch nicht einschränken lassen und möchte alle haben. Dann könnt ihr euch natürlich auch das All-Plugins-Bundle kaufen. Meiner Meinung nach sehr teuer, aber wer sich dafür interessiert, der kann auch dies gerne machen. Das All-Plugins-Bundle und das Signature-Bundle bieten euch nicht mehr Funktionen als die Producer-Edition. Also die Producer-Edition ist die volle Version von FS-Studio und die Signature-Bundle-Version und die All-Plugins-Bundle-Version bieten eben immer nur mehr Plugins. Aber ihr habt keine weiteren Funktionen in der Software. Deshalb, wie gesagt, habe ich eben von der Fruity-Version abgeraten, da ihr da nicht alle Funktionen habt. Ihr seid sehr limitiert in der Playlist beispielsweise. Wenn ihr die Producer-Edition beispielsweise habt und ihr möchtet zur Signature-Version upgraden, könnt ihr das Ganze machen. Und zwar seid ihr da, ich glaube, nur 10 Euro mehr und könnt dann die Version upgraden. Ihr erhaltet auch alle zukünftigen Updates zu eurer Software. Also momentan habe ich FS-Studio 20 und wenn es irgendwann mal FS-Studio 21 beispielsweise gibt, habt ihr dieses Update direkt mit dabei. Und auch alle künftigen Updates, die eben FS-Studio betreffen, habt ihr eben auch direkt mit dabei und müsst dafür nicht extra zahlen, was ich ziemlich fair finde. Eine weitere Frage, die ich oft gestellt bekomme, kann ich FS-Studio auf mehreren Geräten nutzen? Also wenn ihr beispielsweise einen Laptop habt und ihr habt zum Beispiel noch einen PC oder einen Computer von Apple, zum Beispiel ein MacBook oder wie auch immer, kann ich das Ganze machen? Ja, das ist möglich. Ihr könnt FS-Studio auch auf mehreren Geräten nutzen, solange ihr der Nutzer natürlich seid. Also ihr solltet schon dafür sorgen, dass das kein anderer nutzt, sondern dass wirklich ihr der Inhaber seid, dann ist das Ganze auch problemlos möglich. Ja, ich habe das zum Beispiel auf meinem einen PC und auf meinem MacBook habe ich zum Beispiel auch hier FS-Studio drauf, um das Ganze, ja, um das Ganze zu nutzen. Auch wenn ich es auf dem PC nicht mehr nutze, aber prinzipiell, ihr könnt das auf mehreren Geräten nutzen. Und wenn du noch wissen möchtest, welches Equipment du kaufen kannst, wenn du beispielsweise dabei bist, gerade so dein kleines Home-Studio aufzubauen, dann klick hier oben mal rauf oder in die Videobeschreibung, dort findest du ein Video von mir, wo ich dir erzähle, welches Equipment ich dir für den Einstieg empfehle in der Musikproduktion. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!